Interessante Geräusche. Was hast du da für einen Sitz? Ich habe den Sitz für dick gelegt. Was hast du für einen Sitz? Wir haben hier einen ganz lustigen Sitz. Ich habe einfach einen mittleren Sitzwerk gelassen. Also heute ist es fast. Regens in München war sehr aufgeregt. Nur Schneefahrbahn, nur Steckerhaus gehört Dominik. Extrem, ja. Also dass man das überlebt hat. Und heute haben wir gerade alle Flüge, Direktflüge, storniert. Also kein Flug fliegt auch über den See. Von München aus, Gott sei Dank, die kleinen Flüge, wie British Airways jetzt, fliegen jetzt nach dem anderen hoch. Und dann geht es weiter nach den Laser Engine los. Ja, wir freuen uns schon. Schauen wir, was uns erwartet. Vor allem, Dussa ist absolut Geschneckerhaus. Hoffentlich können wir abgeben. In ein paar Minuten. Hoffen wir es. Ja Dominik, jetzt haben wir viele Stunden hinter uns. Ja. So, jetzt fahren wir gerade ins Hotel. Da links ist das Hotel. Das ehrenwerte Beverly Hilton, wo Könige und die Stars absteigen. Ja, jetzt sind wir 30 Stunden unterwegs. Jetzt bin ich langsam fertig. Ich bin froh, dass ich um der Dusche komme. Und ja, ich freue mich schon aufs Zimmer. Also, ein paar Minuten Ruhe. Und dann geht es am Abend auf. Auf zur ersten Vor-Crami Party. Ja, da sitzen wir in Beverly Hilton in Los Angeles. Und an dieser Bar habe ich vor ein paar Stunden im Jahr die Whitney Houston das letzte Mal gesehen. Da bin ich mit ihr gesessen. Und die Whitney Houston hat sich zu mir gesetzt und wir haben uns ganz kurz unterhalten. Leider ist es schon ein paar Stunden später in der Badewanne auch drunken. Da im Hotel. Ja, jetzt ist es 19 Uhr. Wir gehen zu den ersten Früh-Crami Party, also Vor-Crami Party. Und wir freuen uns schon. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Arbeit. Da hinter uns hocken ein paar Gremi-Nominierte. Wir sind wirklich nahe. Und wir haben sie sehr nahe. Mit den Ländern? Nein, du dabei. Nein, du dabei. Aber du dabei. Aber du dabei. Alle waren wirklich nahe. Die Badewanne. Vielleicht kann ich'sẩn. Ja, da müssen wir die Badewanne. Drei.